Das hier, ich bin seit 14 Jahren hier und ich werde sehr oft eingeladen. Tuck und cut, das letzte. Also ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich bin ja sehr oft eingeladen worden. Aber das hier ist der absolute Hammer. Ich habe sehr viele Würsturmfleisch gegessen, aber das ist das Beste, was ich je gegessen habe. Wahnsinn. Der Hammer. Absoluter Knaller.